So, 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 Freunde der Sonne. Jetzt will ich kein Geheimnis drum machen, die Post war gerade da. Und zwar habe ich mir gestern eine PS3 bestellt. Dann bin ich zu meinem Kollegen gegangen, dem PhilTube. Der hat mir das erste Spiel dafür gegeben. Beziehungsweise er hat das zweimal bestellt. Einmal habe ich es, einmal er. Ja, Final Fantasy X und XII, das HD-Remake. Und eben in der Post war One Piece, Pirate Warriors. Und One Piece werde ich definitiv let's playen. Und das Final Fantasy werden wir wahrscheinlich beide Teile machen. Einer er, einer ich. Jetzt ist das alles kein Geheimnis mehr. Naja. Okay, wir reden mit Kyle. Wir schließen uns Kyle an. Kyle hat gute Leute. Und es hat mir gesagt, ob ihr Erfolg in einer anderen Faktion rekrutieren. Einfach kenne sie hier und deine Dedication in die Drow-Haus wird komplett. Klippe in die Drow-Haus und schlägst eure Mitglieder. Klettere in das Baum-Haus. So. Meine Verbündeten. Das dürften doch die Goth-Kids sein. Jetzt klettern wir mal ganz nach oben. Ich bin ein Mitglieder. Ich bin ein Mitglieder der Drow-Haus. Ich bin ein Mitglieder der Drow-Haus. Ich bin ein Mitglieder der Drow-Haus. Was? Wir haben gerade ihre Messungen auf Twitter gebeten. Ah, du schlägst ihre Messungen, Raven. Genau, genau. Wir schlägst ihre Raven. Und der schweizer Wizard-Kling hat den Stick in seiner Drow-Haus. In der Schule. Ah, Mann, natürlich. Karpin hat ihn in seiner Drow-Haus. Drow-Haus in der Drow-Haus. Wir wissen, wo die Menschen den Stick schlägen. Ich wusste, dass Karpin schlägt. Wir schlägen auf die Schule und machen die Halle von ihrem Blut. Huzzah! Gering! Okay, wir müssen also zur Schule. Oder sind wir da jetzt automatisch? Oh, oh, Videovergänzt! Psst, psst, psst. Psst, psst. Foto, psst, psst. Defendiere der Freiheit. Wir bedanken euch für eure Gehäuse in in unseren Kampf. Heute sind wir kein weiterer Elbe oder Gott. Heute kämpfen wir als sie. Ich fühle mich gerade so wie ein homo-sapien. Die Elbe sind hier! Sie haben ihre Warhorn geflogen. Geflogen, Stan. Elf, Flank rechts. Goth-Kids, preparen, die Attack von drüben. Die Fronten verricaden. Kommander, du hast neue Gegenstände bekommen. Du hast neue Gegenstände bekommen. Wir haben das Feuerschwert, okay. Wir haben ein Wurfmesser Level 7. Das ist aber nicht so gut. Ich will wieder meinen Rekord aufbogen. Dann hier die Diebeskapuze der Verstohlenheit. Die hatten wir die ganze Zeit an, soweit ich weiß. Dann nehme ich lieber wieder den Swat-Einsatzhelm. Dann haben wir hier diese Kleidung. Die hatten wir alle schon. Dann nehme ich wieder die... Oh. Und dann nehme ich wieder die Swat-Sachen. Das dürfte ja eigentlich alles so reichen. Mana könnte ich noch auffüllen. Ach so, bei... Bei hier. Bei hier? Bei hier ist es. Fast voll, fast voll reicht. Wo werden wir denn hingehen? Greife die Schule an. Die Frage ist wie. Okay, dringen wir in die Schule ein. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Mal schauen, ob wir von hier reinbekommen. Äh, reinkommen. Ach, die hier wurden schon niedergemetzelt. Wir haben Jimmy als Verbündeten. Gruppe. Wir nehmen uns... Stan. Ja, vielleicht könnte jemand anderes mit dir helfen. Das will ich mir aber mal angucken, was der macht. Das kenne uns für ein kleines Bartik-Aktis. Öffne die Sesame. Okay. Was hat das jetzt hier gebracht? Ach, wir kommen hier rein. Ah, dann behalte ich mal Jimmy im Team. Und dann gehen wir mal in die Schule. Attention, Elf King! Das Bildung hat mich fortiert und die Arme von Christen werden niemals erinnert. Ihr werdet alle in diesem Ort sterben. Ach was. Ähm. Ich musste gerade überlegen, wie wir das am besten machen. Hier ist doch die Küche der Cafeteria. Hier dürften wir doch bestenfalls auch dieses, äh... Bakterien-Ding, ne? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Hier können wir looten. Aber was anderes können wir hier nicht mehr machen, ne? Ich hatte die Hoffnung, dass wir hier diese Bakterie rauslocken können. Diese Riesenbakterie, oder was ist das? Was, whatever they was. Ich weiß es nicht. Wow, was ein Mist. Diese Menschen haben hier verrückte Apples geklappt. Elves are smelly. Neue Nachricht von Fırkl. Warum kann man in diesem Spiel keinen wirklich umbringen? Dieses Spiel ist scheiße. Ähm, Kenny kann sterben. Okay. Ähm, wie komme ich denn hier weiter? Ich will doch aber hier. Hier muss man doch noch was machen können. Ach, komm. Tod den Menschen. Ach, da liegt noch ein Verbündeter. Der ist tot. Der Basketball ist aber auch... ...schwächer, soweit ich gesehen hab. Oh man, wo ist denn jetzt hier die Bakterie? Ich weiß es nicht. Okay, okay. Ich muss mich umgucken. Der hat was dabei. Oh. Der hat auch was dabei. Hier können wir was kaufen. Sind da jetzt dran? Macht dran. Mana dran. Oh, jetzt sind wir fast pleite. Ach was. Ach was. Ich seh doch da oben was. Du kannst mich nicht wegnehmen. Oh, Scheiße. Du hast das gemacht, Mütze. Ja, Mütze ist tot. Hey, hey, hey. Becker? Geh, hey, hey. Hilfe. Können wir hier noch etwas tun? Ach, der hat mich getroffen. Nicht ich ihn, ne? Ach, wir haben ihn getroffen. Ja, ja. Ist okay, ist okay, Jimmy. Ist okay. Er brennt. Jimmy's Armbrust. Fähigkeiten. Brauner Ton. Den müssen wir uns definitiv reinziehen. Drücke wiederholt A. Du siehst hart, ich habe nur das Ding. Okay. Was? 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 Ich war zu spät, zu langsam. Naja, jetzt... Jetzt ist es sowieso vorbei. Yeah. Okay, wir looten die drei schnell aus. Was hätten wir hier denn noch machen können? Aber, 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 ah. Okay, der hat mich richtig... Richtig umgebasht gerade. Wie mache ich denn das am besten? Okay. 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 So. Jetzt probiere ich mal den Bogen aus Warum denn auch nicht Wow Und er ist eingefreezed Was ist denn das hier? Power Akkord Machen wir mal Nice Was hast du noch hier? Schlaflied Machen wir mal Auf alle, ne? Drücke die angezeigten Tasten Nein Aber sie schlafen Mach sie fertig Ach, das ging aber schnell mit dem Wiederaufwachen hier Dann möchte ich mir mal Tod der tausend Schnitte reinziehen Was? Ach so funktioniert das, ok Das hätte man definitiv noch besser machen können Ok Reflexionshaltung Die Buffs entfernt Die Buffs entfernt Ok Wir können aber jetzt nichts tun Außer vielleicht So Der ist langsam Schimmel Das war's Einer ist tot Wir dürfen wieder Machen mal Aber wir probieren's einfach Er brennt So So Schimmel ist dran Lied der Buffs Schimmel ist dann Und ist er Schimmel ist Es war eine Frau von St-St-St-Stone St-St-Stone St-Stoneberry Hallo? Sie hat nicht viel gesprochen, aber Gott, hat sie... Gott, hat sie... ...zweil mich. Ich hatte ein tolles Lanz, das sie... ...zettet... 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 ...die Maiden von Stoneberry, die auch deine Mutter ist. Wow, das ist wirklich... Okay. Er hat jetzt ein Schild. Oh, jemand sagt Encore? Er brannte, er kotzte und er verlor. Ach, da war dann der dritte, ne? Nekromantenhandschuhe, was sind das? Level 9. 20% gegen... ...zombies. Brauchen wir aber jetzt noch nicht. Ging's hier eigentlich noch hoch? Ach, da hätten wir auch lang gekonnt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ach was. Ach was. Da ist ein Ventilator. Geht um zurückzukehren? Das Band wird ein Problem sein. Das hat nicht gekonnt. Yeah. Okay. Nimm das. Was soll ich? Was soll ich? Ich hab's... Ach so, der ist tot. Einfach tot. Wir kommen jetzt sogar in den Keller. Da ist Kyle. Bleib zurück, ihr Leute. Was ist wirklich falsch mit den Haltwäldern? Der verhandelt sich in Nazi-Zombien. Das ist Gary Nelson. Beide auf, er kann uns immer noch nicht bassen, weil wir nicht Hall-Passe haben. Wir kamen zur Schule, die Morgen nach dem Erdbeweg, um zu den Däumen zu informieren. Wir haben nicht gekonnt, dann haben wir gewechselt. Wir hörten einen Sound von unten hier. Wir haben diesen Green-Goo gefunden. Es war überall. Es hat die anderen Haltwäldern. Ach, du Scheiße. Oh, der ist schnell. Und er hat Freunde dabei. Dieser Kampf wird schwer. Oh, verdammt. Den zweiten hab ich nicht kommen sehen. Oh, wir können beschwören. Dann nehm ich mal den Rosenkranz. Kreuzfeuer! Yeah! Dankeschön, ich werde hier alle Fortschritte sein. Nice! Wow, was ist mit diesen Leuten passiert? Heiliger Hammer! Wo geht's denn hier? Oh, da ist noch eine Tasche da hinten. Nice! Wir können hier nichts machen. Wir müssen eins weiter. Nazi-Zombie schnell. Es könnte nur Nazis sein. Wir wissen nicht, dass sie noch Nazi-Zombie sind. Ah, verdammt. Okay. Wir müssen mal schauen, wie wir das am besten machen. Inhaltschritte. Inhaltschritte. War's das jetzt? Jetzt ist es hier zu, oder wie? Ach, hier geht's noch raus. Wegen, halt! Wir treten den Steuern an! Einer ist weg. Die anderen bekommen wir aber bestimmt auch so irgendwie weg. Muss ja irgendwie möglich sein. Irgendwie muss das möglich sein. Hä, was ist all diese Greenstelle? Inhaltschritte! Ach was. Okay, das kommt wieder jetzt. In jeder Stunde! In stolzer Freude! So! Wir sind zuerst dran. Yeah! Jimmys Armbrust. Wir benutzen noch mal den braunen Ton. Der ist ganz cool. Ich feiere das gerade voll mit diesem Riesenhorn. Yeah! Ich glaube, er ist aufgewacht. Aber das war's. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gern. Ach was. Ach was. Ach so, so hätte ich auf jeden Fall noch einen erledigen können. Zombiefleisch. Fügt 15 Rüsten hinzu und Abwehr erhöht Zombies. Eigentlich wäre das ja recht vorteilhaft, ne? Hier so alles. Und da kommen wir hoch und da kommen wir noch nach hinten. Ich würde mal gerne noch den Begleiter wechseln, weil wenn wir jetzt ja Level 10 sind, müsste Stan eigentlich auch was Neues haben. Und zwar Weg des Schwerts. Stan beschwert seinen inneren Actionhelden und greift einen Feind mit einer Vielzahl an Heben an. Hört sich cool an. Auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Clyde, Stan, Craig. Ach, das kenne ich doch noch. Reinigungsöl. Jetzt können wir. Was? Was? Könnten wir eigentlich theoretisch mit einer Beschwörung fertig machen, aber er ist resistent. Können Sie mich, wenn ich meinen Status update, während wir hier warten? Da ist er schwach dagegen. Nice. So, er wurde verlangsamt. Stan, ich möchte deine neue Fähigkeit gern sehen. Tippa A, wenn du es blinken siehst. Boah, krass. Der Move ist echt cool. Okay. Einmal blocken hat gereicht. Ich werde eine Fähigkeit benutzen. Tod der 1000 Schnitte. Ich könnte natürlich mal versuchen, den Rekord aufbogen. Boah, der zieht auch gut rein. So. Was war denn das jetzt? So. Stan. Okay. Wirklich was gebracht hat es nicht, aber... Was? Regenerieren? Jetzt gibt es also ein paar von denen. Krass. Krass. Dann muss ich auf jeden Fall... Gegenstände. Machtrank. 15. Recurve-Bogen. Okay. Hier, du musst auch einen trinken. Einen Machtrank. Okay. Fähigkeiten. Wir machen es. Let's do it again. So. Du hast es, wie mein Grandpa. Einer blutet. Ich weiß nicht, ob sich eine Beschwörung hier jetzt lohnt. Ob das schon... Komm, scheiß drauf. Wir machen es. Kim-G. She-Di-Wok. I'm gonna do my War Dance now. Nice. That's enough of that. Yeah, die Mutantenbakterie ist erlegt. Ja, wirklich was dabei. Hatte die jetzt nicht. Aber wenigstens haben wir sie. Erledigt. Auch wenn ich es mir jetzt ein bisschen einfach gemacht habe, haben wir es geschafft. Und jetzt können wir nach oben. Ach, jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Cartman, ne? Klee, Puppe der verwöhnten Hure. Da ist wieder das Skelett drin. Das kennen wir ja noch. Hier ist ein Basketball drin. Hier kommen wir nicht rein. Wir machen uns immer. D� D� Dreck Du wa